aber eins muss man generell aktivischen lassen die spiele sehen inzwischen richtig schmackhaft Ich muss mir auch noch im Kanal von Amsterdam den Arsch aufkrieren Oh der Hut sitzt Das Gelände wird bewacht Ja, die sind unter Wachen an den Docks Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben An die Arbeit jetzt, Ende Okay, trennen wir uns Ich übernehme draußen, du sicherst die Docks Schön leise Wir treffen uns beim Boot Check Dann los Cap Haben die Fische mittlerweile eigentlich auch noch ne KI oder ist das seit Call of the Ghost nicht mehr der Fall Noch einer beim ersten Pier, ausschalten Roger Kämpfer, die noch leben, könnten Ärger machen Das war nicht ganz geplant So, wo ist die Knifte? Ich schwöre, der hatte ne Waffe Haha Geh doch Kühlen Kopf, der fahren Ich bin oben Bleib nicht zu lange da oben Diesen Jetzt Ich verwirte wie es Ich habe es Alles мо game Für mich Nein Spaß созн Ja Na, das hat ja immer wieder wunderbar funktioniert. Ey, ich und Sneaky, ne? Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, Joss. Einer weniger. Von denen gibt's noch mehr. Alcatala hat noch ein Patrouillenboot. Hol es dir. Zumindest hab ich jetzt schon mal... Ist das Aiden Pearce? Nein, doch nicht. ... ... ... ... Ich glaube, das ist gar nicht mal meine Aufgabe, dass ich hier alles komplett clear... ...aber eigentlich ja doch irgendwie... ... Ich hab einen Flachkörper... ... in das Wasser gemacht. Lügt doch nicht. Wir haben es doch alles jetzt geschafft hier. Warum? Das haben sie auch schon im letzten Teil so ein bisschen. Also was heißt im letzten? Der letzte war ja Vanguard. Ähm. Letzten Modern Warp, ja. War das auch so eine Nummer? Übelst angekündigt. So, ja, lights out. Und dann konnte sie die scheiß Lampen nicht. Ich bin beim Frachtbord. Komm her, so was du kannst. Aber bleib Wasser. Da frage ich mich halt, also, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht? Ich habe Alcantara erledigt. Gute Arbeit, Sergeant. Bin gleich da, Sergeant. Auf die Sekunde, Sir. Sicher. Sicher. Weiß die Hilfe zu schätzen, Sir. Gehen wir an Bord des Boots. Ja, okay. Hm. Du hast verschlossen. Mir nach. Das war. Wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Bericht die Liebe. Hör mal. Hör mal. Oh, das klingt ganz so. Gut. Nein. Los geht's. Ich habe den hier. Er war meiner. Digger. Okay, der Kamu, der wartet. Sieh mal. Das ist ein mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Las wohl. Ich habe ein Kartell für den Transport. Sieben einen Namen, John. Das ist ein, was? Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Der Kahn ist vom Kartell. Boah, da habe ich mich kurz erschrocken. Aber durch meine absolut professionellen Gamer-Senses habe ich ihn dann aus dem Handgelenk weggeholt und mich überhaupt gar nicht erschrocken. Da hat er den John Travolta gemacht. Sein Telefon. Ne, bitte. Habe ich ihm wirklich da genau zwischen die Augen geschossen? Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Laswell, such Kaffee Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Es ist sieben Uhr. Um sieben Uhr am Hafen in Amsterdam. Nix los. I doubt it. Aber gut, wir müssen jetzt hier nicht über den Realismus... Wir müssen hier nicht den kompletten Realismus auseinandernehmen. Bravo 6, an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf drei Uhr. Einer vom Kartell, ein Iraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Eine Transaktion durchführen. Elektronisch. Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus, wofür. Wachen? Irre. Die knüpfe ich mir vor. Hab nicht den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Komme in deine Richtung. Spritze. Gift. Nicht tödlich. Ersetzt sie nur außer Gefecht. Oh, kurze Kieferklemme. Was ist los? Wir waren in meiner Welt. Benutzt die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex für. Sag wann. Roger. 06. Lagebericht. Wir sprechen Abläufe. Wann brechen Sie auf? Heute Nacht. Bleib an ihm dran. Wir müssen wissen, was es ist und wohin es geht. Also ich hab schon sehr viel sehr hoch an. Aber. Mit der 4090 geht er wirklich noch sehr, sehr viel mehr. Absichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Glück gehabt. Einer geht. In meine Richtung. Ja, okay. Ich wusste in dem Moment, wo ich es getan habe, dass es dumm ist. Ich wusste es. Moment. Aber ich wollte irgendwie. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Absichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Und teilen sie sich aufteilen. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehm den auf der Brücke. Unterwegs. Retrocede, Karajon. Hey, langsam, Kumpel. Einmal zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Watcher 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP. Unterwegs in die USA. Mhm. Mhm. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten? Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Café, Gas. Ihn jetzt hier noch ausschalten, oder? Okay, nee. Ich mache mich mal zum Café. Hey, warum ist mein Bier schon wieder leer? Nimm. Was zum Teufel ist das? Täusch, Granate. Wird klappen. Zurück zur Laswa. Ziehen wir das durch. Ich werfe die dahinter, ja. ...die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell in Wechsel. Ich habe keine Ausrüstung. Wieso habe ich keine Ausrüstung? Achso, ich muss die da platzieren. Kurz Panik gehabt. Es wird laut in der Tür. Gas, die Wachen kommt. Schalte eine aus. Ich nehme die andere. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Kapitän. Behalte dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Der Bodyguard. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Hotel hinter uns. Warum? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal hier das Target gewesen? Ich finde das nicht in Ordnung. Immer schießen die auf. Ich besorge Evakuierung. Mir ins Gesicht. Wir treffen uns bei der Brücke. Ja, dann gehe ich auch schon mit der Pistole direkt, weiß ich. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätig. Hotel hinter uns. Second Sergeant. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. So, kann ich nicht Akimbo spielen jetzt? Scheiße. Ich übernehme. Dritter anlaufen. Schnauze. Willkommen. Watcher 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Ich glaube, ich habe alle. Sicher. Gas, bring die Spritze. Spritze. Hoch mit ihm. Ich muss die Tiefen schärfer ausmachen. Die nervt mich tierisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Aber ich finde die gar nicht sexy. Gut gemacht. Und auch nur so etwas Körniges. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn anfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Colonel Vargas. Station, sie flaswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss alles sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell. Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das. Sie wissen das. Und genau deshalb machen sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Mayo Hassan Siani. Okay. Wann? Heute Nacht. Hm. Ich habe eine Drohne angezapft. Aber alles im Blick. Hm. 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 Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerübt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalten. Rodolfo. Vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Borja. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden. Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Hm. Und er ist da. Da. Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oye, escucha. Das Kartell verleth Hassan schnell. Wir kriegen sie noch bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Reitmachen. Das Das Almas Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Schst. Und wenn Hassan rüberkommt, ist das Licht aus. Taktikänderung. Ich sehe Hassan auf der Maul. Mierda. Acaba de cruzar. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Mierda. Despejado. Despejado. Watson. Das Ziel ist rüber. Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht rassam. Wir haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die Ortische Polizei. Ende. Oh, muss jetzt nicht die Nachbarschaft oder was? Dann verfolgen wir ihn. Na los. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Freiwahl. Hey, raus aus meinem Garten, verdammt! Hier ist bitte der Mata, Gringo. In so einem Retro-Pay-Weck. Das ist im Lied entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Dieses Wichser. Boraga. Hey, was soll er machen Sie da? Bleiben Sie bitte drinnen. Raus aus meinem Garten, Arschloch! Ah, beruhigen, indem man auf Zivilisten zielt. Geh an die Tür. An welche Tür? Spezialeinheit! Spezialeinheit! Runter mit der Waffe! Treten Sie zurück! Okay, nicht schießen! Nicht schießen! Wir werden hier durchkommen. Wo sind die hin? Los geht's! Das war doch so klar! Wir sind an der Ecke, Floris und der Haust. Silbe weckt sich festlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Oh, oh, oh! Oigan! Ist ab vorhin da! Oigan! Los bello! Kartell patrouillieren! Wow! Wie er mich einfach überfahren hat. Das ist jetzt nicht besonders fair. Oh! Oh! Silbe weckt sich festlich. Oh! Oh! Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Oh, oh! Oigan! Ist ab vorhin da! Oigan! 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 Kartell patrouillieren! Schalte sie aus! Voll unfair! Der kann einfach stehen bleiben. Alles ist er! Der Speichhander! Schau! Sie sind Alam! Ah, bei den Autos geht's. Und du? Alles gut. Zu mir. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Pfeifel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nix tun. Ich suche jemand anderen. Paraverga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durch kann. Wo ist er? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass sie dich an, verdammt! Keine scheiß Bewegung! Antworte! Linke Seite! Nehm die Hände hoch! Er ist zum Lagerhaus gerannt! Ah, Mierda! Watcher, schicken Sie Hilfe! Ein Zivilist ist verreizt! Dafür kann ich aber nichts. Godolfo, auf geht's! Roger, Elichevs Haus ist das Ziel. Fangen mit den zweiströckigen blauen an. Por qué? Ich glaube, wir kommen jetzt in den Knast. Ich glaube, da war er. Der kam vielleicht an Munition ran. Wir müssen los! Komm an noch zwei. Greif an, wenn sie nah genug sind. Oh, Cam! Warum erschrecke ich mich denn? Wer fickt der Scheiß? Das gibt's doch gar nicht! Aber gib mir mal deine Munition. Dinger! Hast du die Konsole an denen hier? Eine neue! Bestimmt, der Controller von der Switch Pro. Okay. Ich wusste, dass wir um meiner sein würden. Ich wusste noch nicht, wie es hier generell aussieht. Was für eine schmucke Waffe? Okay, okay, guck, 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 guck. Ich wollte nicht beim Scheißen unterbrechen. Aber... Na, klasse! Oh, hallo! Verbrenn, Dennis! Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendecher. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lass ihn brennen, wie Gorbrani brachte. Ja. Wie ist dein Status? Konolfo! Ich gehe jetzt rein! Koronel nicht. Ich komme nicht raus. Konolfo, wo bist du? Hör zu! Hassel ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen Sie ihn weg. Bruni! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Ey, krass, Mann. Ich wollte schon sagen, mit den letzten Atemzügen will er aber noch die Welt retten. Das wäre mal was gewesen, ey.